Was gibt es denn, warum ich beim Cobb speziell aus? Ich weiss es zufällig. Neu bei Cobb gibt es jetzt die typisch italienischen Dolmio-Spezialitäten. Die gefüllten Teigwaren werden nach original Trattoria-Rezept jeden Tag frisch hergestellt. Al dente, für einen richtigen Biss und mit den feinsten Zutaten. Dazu gibt es von Dolmio die beliebtesten Soßen, um nach Herzenslust zu kombinieren. Dolmio, das ist Italien. Und was kommt nach italienischem Essen? Der Fall ist klar und damit auch die Antwort im heutigen Markenspiel. Wie immer gibt es im Morn bei Cobb auch Aktionen. Was meinen Sie zu diesen drei Tauben Tommi-Mayonnaise für nur 5,20? Also, kommt der Morn.